So, jetzt lassen wir uns mal ein bisschen hin, fünf Tage rumlaufen, da geht es aber wirklich auf die Knappung, auf die Reaktion, auf die Kraft. Das ist der Dreh hier. Hier ist ein bisschen auf der Eppling Station, das ist schon wieder am Knappung. Bieler! Waste, was! Bist! 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 Hier sieht es so ein bisschen aus wie von der Edgar Ward 10, hier ist ein Busstopp, Wapping Station, D3 und dann gleich noch eine Anderkannte Bahn. Hier ist der Bussebeck jetzt noch und wo Wapping drauf steht, da oben, links oben vom Bus, da ist eine Anderkannte Station. So, hier sind wir schon ganz schön die Fremse hier lang gelaufen, ich darf jetzt mal Ruhe hinsetzen, schön in Schatten. So, hier waren wir schon, wir brauchen eine Abahn der Dasedanung, aber diese Variante, dann gingen wir auf euch weiter an. So, hier sind wir schon wieder die Hände an. So, hier starten die V 180, wo die Hände ein für Olden», die wir nachdenken. Disease Reaktionette L크, D3 und D4, D2 und D4. Und hier verbeigte ich auch R2 und Kиц面 einen D-BL apar. Das weiß ich, was da eben heißt. So, jetzt haben wir es noch nicht geschafft. Wir können die Batsch, die Batsch, die tolle Gebäude da haben.